Wie gefällt dir die Farbe? Ich mag Chocolat Cookie My Lovely My Lovely It's me Me So schön, dass du da bist My Lovely Mastigame Mastiver Cream lehn dich zurück leg deine Beine hoch kuschel dich so richtig ein sodass du jetzt so richtig toll die Seele baumeln lassen kannst okay ich freue mich mega toll auf ein paar wundervolle entspannte Minuten mit dir ganz ganz viele Dingle Minuten ich habe du wirst es nicht glauben Gelnegel vielleicht hast du es auch schon gesehen auf TikTok oder Instagram falls nicht ich habe jetzt tatsächlich nach 10 Jahren wo ich das erste und letzte Mal Gelnegel hatte jetzt neu Gelnegel einfach aus dem Grund weil Leapstie und ich bald verheißen werden und dafür wollte ich das nochmal testen weil eigentlich wenn wir irgendwo so unterwegs sind für längere Zeit dann benutze ich gar keine Press or Nails aber dadurch dass ich für euch während wir unterwegs sind auch Content produzieren werde habe ich mir gedacht brauche ich irgendwie die perfekte Lösung unterwegs will ich keine Zeit verschwenden mit Press or Nails drauf und dran und wechseln und dies das Ananas ich dachte mir so okay ich probiere noch einmal Gelnegel das ist das Ergebnis und dadurch dass die jetzt so super frisch sind so super frisch und noch so schön aussehen ich komm immer noch nicht drauf klar dass ich jetzt echt Gelnegel habe für mich ist das super special vielleicht hast du schon jahrelang selbst Gelnegel und kannst es jetzt gar nicht so nachvollziehen was ich hier empfinde aber jedes mal wenn ich gucke denke ich so oh mein Gott da verrutscht nichts und das hält tatsächlich ich finde es irre deswegen dachte ich mir wird es Zeit für ein Tapping Video ein Tapping Video ein richtig special Tapping Video denn Gelnegel klingen auch anders als meine Press On Nails ähm als die Press On Nails das wirst du ja auch schon hören jetzt dass die ganz anders klingen und ich habe auf Insta auch direkt mal gefragt so ey Lovely was wünschst du dir welchen Trigger für Tapping ich blende mal eure bezaubernen Antworten ein ich habe so viele Antworten bekommen ich glaube so schnell habe ich noch nicht so viele Antworten bekommen das ist so krass und deswegen geht es auch direkt los die ersten zwei Trigger dafür braucht man keinen Gegenstand ich benutze direkt meine Nägel wie gefällt dir die Farbe weiter geht's manteese tapping gut 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 Okay. Ops, opssy dopssy. Ops, 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 ops. Ops, 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 ops. Ops, ops, ops. Ops, ops, ops. Gakennett. Gakennett. Ich bin gespannt, an welcher Stelle dein Lieblings-Tapping-Trigger kommt. Gakennett. 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 Krass, wie unterschiedlich die Gegenstände so klingen, oder? Ich finde, jetzt haben wir auch so einen perfekten Vergleich mit den ganzen Triggers, weil ich die ja alle hintereinander mache, nur Tapping. So. 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 Jetzt mal einen schönen Kontrast. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Mac Chocolate. Wie als würde ich auf ein Stück Schokolade tapping machen, oder? Das klingt echt ähnlich. So dumm. Chocolate. Okay. 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 Okay, okay Okay, okay Du hast bestimmt ne Idee, welche zwei Sachen noch kommen, oder? Ich bin mir sicher, dir fällt mindestens eine Sache ein, die ich heute noch nicht verwendet habe für Tapping Ich dachte mir, das Beste kommt zum Schluss Es fängt mit Biene an Ja, dachte ich mir, doch du wusstest das Also dass man nicht zum Schluss Ich glaube, das ist unser Lieblingstricker, oder? Ich glaube, das ist unser Lieblingstricker, oder? Ich glaube, das ist unser Lieblingstricker, oder? Bist du gespannt? Es blubbert nicht nur, nee, Glastabbing kommt auch noch dazu. Ich glaube, das ist unser Lieblingstricker. Ich glaube, das ist unser Lieblingstricker. Wie unterschiedlich, das hier ist voll, das ist leer. Das hört man sogar für den Unterschied. Welcher war denn dein Lieblingstricker? Ich glaube, das ist unser Lieblingstricker, oder? Hier findest du eine Playlist mit vielen weiteren Videos von mir. Oder aber du willst mein YouTube-Mitglied werden für ein extra Video im Monat. Und hier kannst du dich einfach überraschen lassen. Viel Spaß, hab dich lieb! Bye-bye! 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 Bye-bye!